Alle Nachrichten aus Klagenfurt am Wörthersee. Momentan sorgt ein unbekannter Straftäter für Unruhe an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt und Umgebung. Das Institut ist im Laufe der letzten Wochen Opfer mehrerer Anschläge geworden. Bislang liegen noch keine weiteren Details über die Identität und das Motiv des Täters vor. Zeugen und Verdächtige werden bereits befragt. Namen und Tätigkeit? Ich heiße Hanna und ich bin Studentin da an der Uni. Ich bin Tamara. Jessica. Was studieren Sie? Medien- und Kommunikationswissenschaften. Irgendwas mit Medien. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Doch nicht. Nee. Nein. Warum sind Sie an dieser Uni? Weil die Uni Medien- und Kommunikationswissenschaften hat und die Ausklagenfurt sind. Der See, eindeutig der Wörthersee, der ist nur ein paar Minuten von der Uni entfernt. Die Uni ist ziemlich tierfreundlich. Eigentlich die ganzen Sachen, die du studieren willst, das gibt es in der Art und Weise in Klagenfurt. Ich mag, dass dieser Campus so viele Möglichkeiten hat, sich draus noch hinzusetzen. Sehr schön grün alles. Die Uni verbindet auch sehr gut Praxis und Theorie. Also man kann sich dann auch für Medienpraxis oder für Kommunikationspraxis entscheiden, was ganz cool ist. Es ist schön, dass man die Leute hier kennt. Es ist nicht so groß. Man ist eigentlich nicht nur so eine Nummer. Ansonsten bietet die Uni auch recht viel drumherum an. Ganz viele Sportangebote. Und ich finde es einfach besser wie Salzburg oder Wien. Deswegen bitte her. Waren Sie schon mal Zeuge einer dieser Straftaten? Ja, ich fahre auf dem Weg zum See eben, mich mit Freunden treffen. Und ich fahre mit meinem Fahrrad, auch mit dem Fahrradweg entlang. Und plötzlich kommt eine Person mit einem schwarzen Kapustenpulli entgegen. Auf dem Fahrradweg ist gelaufen. Und ich hätte ihn fast umgefahren. Also sind Sie öfters am Wörthersee? Ja, doch, voll. Also das ist einfach der Ort hier, wo sich eigentlich jeder trifft. Und wo man einfach hingeht. Als Schönes. Waren Sie schon mal Zeuge einer Straftat? Ja, jetzt wenn ich meinen Hesel nach Cappuccino geholt habe in der Aula. Sie mich so adult daherkommen mit seinem Kapuzenpulli. Und der hat vor mir einen Cappuccino geholt. Und hat einfach seinen Becher einfach so auf den Boden gerufen. So, was soll das? Gleich daneben ist der Müll. Also holen Sie sich öfters einen Kaffee bei den Automaten? Können Sie sich das überhaupt leisten? Ich bin safe. Und auch wenn ich mir was nicht leisten, können die das trotzdem holen, weil der ist einfach wert. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Das wäre soweit alles. Falls Ihnen noch was einfällt, können Sie in der Zeit auf uns zukommen. Okay. Tschau. Zwei Monate nach dem Beginn der Ermittlungen an der Universität Klagenfurt werden weiterhin jegliche Informationen über die Identität des Täters. Aufgrund von fehlenden Hinweisen werden die Untersuchungen vorzeitig eingestellt. Der Fall wird zu den Akten gelegt. Ich suche die Lege, in der void. Alles gut. Ich suche diese Juristen 01- applicantện Saget. Ich suche die Hüte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020